Karnaki, der Geisterdetektiv von William Hope Hodgson Gelesen von Gregor Schweitzer Eine Produktion der GM Factory Ein Pfund Wieder einmal hatte ich mich auf den Weg zum Chainwalk gemacht, neugierig und voller Erwartung, wie stets, wenn Karnaki mich einlud. Ich war pünktlich, doch Arkwright, Taylor und Jasop waren schon da, und so dauerte es nur Minuten, bis wir uns um den Esstisch versammelt hatten. Ein vergnügliches Dinner, wie gewohnt. Und wie gewohnt kam Karnaki während des Essens auf schlechthin alles zu sprechen, nur nicht auf jenes Thema, dessen wegen wir gekommen waren. Erst als wir es uns vor dem Kamin gemütlich gemacht hatten, begann er mit seiner Geschichte. Kein schwieriger Fall diesmal, sagte er und sog einige Male an seiner Pfeife. Ein bisschen logisches Denken, mehr braucht es nicht. Ich hatte vor einiger Zeit mit Mr. Jones von Malbury & Jones gesprochen, wo der Anzeiger für Bücherfreunde erscheint, und hörte bei dieser Gelegenheit von einem Buch, das ihm kürzlich vor Augen gekommen war. Dumpleys Akrostikon, so nennt man es gemeinhin. Das ist insofern erwähnenswert, als das einzig bekannte Exemplar dieses Werks im Besitz des Kaelin-Museums auch das einzige jemals gedruckte sein soll. So ist es überliefert, und doch ließ das von einem Mr. Ludwig jetzt entdeckte und vorgelegte Exemplar kaum einen Zweifel an seiner Echtheit zu. Dafür hätten sowohl Malbury als auch Jones die Hand ins Feuer gelegt, und mehr Bestätigung verlangt niemand, der ihren Ruf kennt. Alles Weitere über das Buch erfuhr ich von meinem Freund Van Dill, den ich zufällig beim Lunch im Club traf. »Was wissen Sie über Dumpleys Akrostikon, Professor?«, fragte ich ihn. »Sie könnten mich genauso gut fragen, was ich über Ihr schönes London weiß, mein Freund«, antwortete er. »Ich weiß alles, was man darüber wissen kann, aber das ist wenig genug.« Von diesem bemerkenswerten Buch wurde nur ein einziges Exemplar gedruckt, und das befindet sich im Kaelin-Museum. »Das ist mir nicht neu«, sagte ich. »Der Verfasser ist John Dumpley«, fuhr er fort, »und es war ein Geschenk für Königin Elisabeth zu ihrem vierzigsten Geburtstag, im Jahr 1573 also.« Sie war ganz versessen auf Wortspiele dieser Art, die eigentlich nur literarische Fingerübungen sind, doch unter Dumpleys meisterlicher Feder sich in unerhörte Kunst verwandelten. Ein wahres Feuerwerk aus Anspielungen und Anzüglichkeiten, ein fast unentwirrbares Geflecht aus Mehrdeutigkeiten, in dem Indiskretes und Pikantes über das Treiben bei Hof mit treffendem Witz und gespielter Naivität geschildert wird. Kurzum, auch in puncto Boshaftigkeit muss man Dumpley als einen Meister bezeichnen. Nach dem Druck des einen für die Königin bestimmten Exemplars wurde der Satz bis zur letzten Letter demontiert und das Manuskript verbrannt. Überreicht wurde ihr das Buch von Lord Wellbeck, der Dumpley 20 Geni bezahlt und ihm außerdem jährlich zwölf Schafe und zwölf Fässchenmiller Abbots Ale versprochen hatte, wenn er seinen Mund hielt, denn der ehrenwerte Lord wollte selbst als Verfasser des Buches gelten. Und zweifellos war er es auch, von dem der Autor alle die intimen und skandalösen Details über die Gesellschaft am Hofe erfahren hatte. Zwar gereichte es einem Edelmann in jenen Tagen nicht unbedingt zur Ehre, ein, wenn auch noch so gut geschriebenes Buch zu verfassen. Doch würde das Akrostikon ja vor allem als Beleg für sprühenden Geist und Witz angesehen werden und das Ansehen des vermeintlichen Verfassers bei Hof gewaltig steigern, Grund genug also, sich mit fremden Federn zu schmücken und sich das etwas kosten zu lassen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es sich um ein so berühmtes Buch handelt, sagte ich. Berühmt ist es nur unter Kennern, sagte Van Dill, obwohl es ein einzigartiges Buch ist und von großem historischen Wert dazu. Es gibt Sammler, die ihre Seele dem Teufel verschreiben würden, wenn er ihnen ein zweites und echtes Exemplar beschaffte. Aber davon abgesehen, werden sie wohl vergeblich darauf warten müssen. Ich bin da nicht so sicher, sagte ich. Wie ich gehört habe, hat ein gewisser Mr. Ludwig ein zweites Exemplar zum Kauf angeboten. Man hat mich gebeten, einige Nachforschungen anzustellen, daher also mein Interesse. Van Dill war bei diesen Worten tiefrot angelaufen. Unmöglich, bellte er. Das ist ein Schwindel. Jetzt erst holte ich meine Trumpfkarte hervor. Nicht unbedingt. Stellen Sie sich vor, Professor, Malbury und Jones haben es für echt erklärt, sagte ich. Und wie Sie wissen, sind sie über jeden Zweifel erhaben. Auch die Angaben Mr. Ludwigs über den Erwerb des Buchs bei einem Trödler in der Charing Crossroad erscheinen glaubwürdig. Bentlow heißt der Mann und ich habe ihn mir angesehen. Er weiß zwar nicht, wie es passieren konnte, aber er kann nicht ausschließen, dass es irgendwo zwischen den Büchern steckte, die er bündelweise verkauft hat, unter anderem an Mr. Ludwig. Jetzt ärgerte er sich verständlicherweise grün über das, was ihm da entgangen ist. Wendill stand auf. Kommen Sie mit. Wir gehen zu Malbury und Jones. Jetzt gleich, sagte er noch immer zittrig vor Erregung. Und so eilten wir auf kürzestem Weg zu den Geschäftsräumen des Anzeigers, wo Wendill kein Unbekannter war. Was ist das für eine Geschichte? polterte er los, kaum dass er das Büro von Malbury betreten hatte. Was soll das mit dem Akrostikon, äh? Zeigen Sie's mir. Wo ist es? Der Professor meint das neu entdeckte Exemplar, erklärte ich dem verdutzten Malbury, der hinter seinem Schreibtisch saß. Ich habe ihm von der Geschichte erzählt, und das hat ihn doch etwas aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, schlagfältig in seinen Papier gewickelten Band heraus und reichte ihn feierlich dem Professor. Aber der riß ihm den Packen nur so aus den Händen und riß das Papier herunter und lief mit seiner Beute zum Fenster, um mehr Licht zu haben. Ich kann ihn dann mit dem Original im Kalenmuseum vergleichen. Malbury stand auf und schloss die Lade an seinem Schreibtisch. »Es wird mir eine Freude sein, Sie zu begleiten, Professor«, sagte er. »Nichts wäre mir lieber, als Ihr Gutachten in der nächsten Ausgabe des Anzeigers abdrucken zu dürfen. Ein Heft übrigens, das ganz und gar Dampley gewidmet ist. Schließlich wird dieser Funduntersammlern beträchtliches Aufsehen erregen.« Im Museum ließ Van Dill dem Kustos der Büchersammlung seine Karte bringen, und der bat uns ohne Umstände in sein Büro. Dort brachte der Professor sein Anliegen vor und präsentierte das Fundstück. Voll gespannter Erwartung nahm der Mann das Buch entgegen und erklärte nach einer kurzen Prüfung ebenfalls, dass es wohl echt sei, doch könne letzte Sicherheit nur eine Gegenüberstellung der beiden Exemplare bringen. Und so machten sich nun drei Experten an die Arbeit, und während sie über eine Stunde lang prüften und verglichen, hörte ich aufmerksam zu und hielt das eine oder andere, das mir dazu einfiel in meinem Notizbuch fest. Ihr Votum fiel einstimmig aus. Das neu entdeckte Akrostikon sei ohne jeden Zweifel echt und zur selben Zeit und aus demselben Satz gedruckt worden wie das Museumsexemplar. »Gentlemen«, sagte ich, »als Beauftragtem der Herrn Melbury und Jones stehen mir doch sicher einige Fragen zu, nicht wahr?« »Erstens wüsste ich gern von dem Herrn Kustos, ob das Museumsexemplar jemals dieses Haus verlassen hat.« »Wo denken Sie hin?«, sagte der Mann. »So seltene und wertvolle Bücher werden niemals ausgeliehen, und Sie verlassen auch nicht das Magazin, ohne dass ein Werte Sie ständig im Auge behält.« »Danke«, sagte ich. »Das zu wissen könnte mir weiterhelfen. Und zweitens wüsste ich gern, warum Sie alle bisher so sicher waren, dass nur ein einziges Exemplar existiert.« »Weil«, und das werden Mr. Melbury und Professor Van Dill bestätigen, Lord Wellbeck in seinen nicht für die Veröffentlichung bestimmten Memoiren darauf immer wieder hinweist. Und was er im Einzelnen unternommen hat, lässt keinen vernünftigen Zweifel zu. Er verfolgte dieses Ziel mit aller Konsequenz, vermutlich um den Wert seines Geschenks an die Königin zu steigern. Er schreibt, dass er das Setzen und Drucken jeder einzelnen Seite im Hause Pennywell einer Druckerei in Lamprecourt selbst überwachte. Unmittelbar nach dem Druck nahm er die Blätter an sich. Der Satz wurde vor seinen Augen zerstört, die Probeabzüge verbrannt. Dasselbe tat er am Ende auch mit dem Manuskript. Die Druckerei ist, wie Sie sehen können, auf dem Titelblatt vermerkt. Überhaupt sind seine Angaben so präzise und unmissverständlich, dass ich die Echtheit jedes neu entdeckten Exemplars auf der Stelle bestreiten würde, wenn ich es nicht mit eigenen Augen prüfen könnte, so eingehend, wie wir es hier getan haben. Aber nun haben wir ein zweites Exemplar, fuhr er fort, und zweifelhaft echt, und so müssen wir dem, was wir sehen, mehr trauen als den Worten Lord Wellbecks. Die Nachricht von diesem Fund wird einschlagen wie eine Bombe und Sammler und Büchernarren wie einen aufgeregten Hühnerschwarm durcheinanderkackern lassen. Nicht nur einen Tag lang, da bin ich mir sicher. Wie hoch würden Sie den Wert des Buchs beziffern? fragte ich. Er zuckte die Achseln. Unmöglich, eine Zahl zu nennen. Könnte ich es mir leisten, würde ich mit Freuden tausend Pfund dafür opfern, und Professor Van Dill, der mit irdischen Gütern mehr gesegnet ist als ich, würde mich ohne mit der Wimper zu zucken überbieten. Sollten Messieurs Malbury und Jones es nicht bald kaufen, dann wird es wohl wie die Hälfte aller Schätze dieser Welt nach Amerika gehen. Danach gingen wir auseinander, und ich machte mich auf den Weg hierher. Nach einer guten Tasse Tee setzte ich mich nieder, um erst einmal nachzudenken. Ich war unzufrieden mit mir und dem, was ich an diesem Tag erfahren hatte, und sträubte mich vor allem gegen den Gedanken, dass sich das Problem in schieres Wohlgefallen aufgelöst haben sollte. Na schön, sagte ich zu mir, wollen wir mal so unvoreingenommen wie möglich und absolut logisch an die Sache herangehen, und sehen wir mal, was dabei herauskommt. Da sind einerseits Lord Welbecks Memoiren, in denen behauptet wird, dass es nur ein einziges Exemplar des Akrostikon gebe und er alles Erdenkliche getan habe, um einen Nachdruck zu verhindern. Warum sollte er die Unwahrheit sagen, wo doch genau dies seine erklärte Absicht war? Und was seine Maßnahmen betrifft, so erscheinen sie vernünftig und ausreichend. Auch die Probeabzüge hat er verbrennen lassen, und selbst wenn man genügend davon heimlich beiseite geschafft hätte, um ein komplettes Buch zusammenzustellen, so schließen die Experten das im vorliegenden Fall aus, der Druckerqualität wegen. All das zusammen ergibt, was man Gewissheit Nummer Eins nennen könnte, dass eben nur ein Exemplar des Buches existiert. Aber nun war ein weiteres, zweifellos echtes Exemplar aufgetaucht. Gewissheit Nummer Zwei, und beide Gewissheiten schließen einander absolut aus. Und obwohl ich letzten Endes Gewissheit Nummer Zwei noch am ehesten akzeptieren könnte, fällt es mir schwer, mich über die Aussage des Lords einfach hinwegzusetzen. Es muss eine Dritte diesen Widerspruch auflösende Gewissheit geben, die uns noch unbekannt ist und nicht ohne Grund verheimlicht wurde. Anders gesagt, etwas ist faul an dieser Sache. Kanaki verstummte, und für eine ganze Weile waren die aus seiner Pfeife aufsteigenden Wölkchen das einzige Lebenszeichen. Und weil ich daran unbeirrt festhielt, konnte ich innerhalb weniger Tage, nach einigem Nachdenken, konsequenten Schlussfolgerungen und dem Überprüfen aller möglichen Spuren, die sich so ergaben, ein erstaunlich geschickt eingefädeltes Verbrechen aufklären, wie es mir raffinierter noch nie begegnet ist. Ich informierte Scotland Yard, sprach mit meinen Auftraggebern, mit dem Besitzer des neu entdeckten Akrostikon, Mr. Ludwig, und auch mit Mr. Notz, dem Kustos. Ich vereinbarte ein Treffen in den Geschäftsräumen von Malbury & Jones und konnte sogar Notz dazu bewegen, das Original des Buchs mitzubringen. Auch ein Detektiv sollte auf meine Bitte hin zu uns stoßen. Nun war die Bühne bereit für die Akteure, auch wenn es in den nach alten Büchern und Staub riechenden Büros des seit hundert Jahren bestehenden Anzeigers eher nüchtern als dramatisch zuging. Es war drei Uhr nachmittags, als wir uns dort versammelten, und ich bat die Anwesenden, mir erst einmal einige Minuten zuzuhören. »Gentlemen«, sagte ich, »wenn Sie die Güte haben, möchte ich Ihnen einen Gedankengang darlegen, der letztlich Anlass für unser Treffen hier ist. Vor einigen Tagen erschien Mr. Ludwig in diesem Büro mit einem Buch, dem zweiten Exemplar eines Buches, von dem angeblich nur ein einziges existiert. Die Prüfung durch drei Experten, vielleicht die besten ihres Fachs in ganz England, ergab, dass dieses Buch zweifellos echt ist. Das ist die eine Tatsache, von der wir ausgehen müssen. Die zweite Tatsache ist, dass nach allem, was wir wissen, es eben keine zwei Exemplare des Buches geben kann. Nun müssen wir gemäß dem Urteil der Fachleute die erste Tatsache als über jeden Zweifel erhaben betrachten. Dann muss es aber auch eine Erklärung dafür geben, warum die zweite Tatsache eben keine Tatsache ist. Dass also die Behauptung, es existiere, kein zweites Exemplar nicht stimmt. Das war es, was mich beschäftigte. Ein Zwiespalt, der mir keine Ruhe ließ, nachdem ich doch das echte zweite Exemplar mit eigenen Augen gesehen hatte. Wo war die Erklärung zu finden? Also ging ich an jenen Ort, an dem das erste Exemplar aufbewahrt wird, und stellte einige Nachforschungen an. Von Mr. Nords wusste ich ja, dass ein solcher Schatz wie das Akrostikon niemals ausgeliehen wird. Dem Bibliotheksregister konnte ich entnehmen, dass das Buch in den letzten zwei Jahren genau dreimal von drei verschiedenen Personen eingesehen wurde, was wie ich weiß nur in Gegenwart eines Werters geschehen darf. Diese Spur schien also nirgendwo hinzuführen. Aber aus irgendeinem Grund wollte ich mich damit nicht zufrieden geben, und so ging ich nach Hause und überdachte die Sache noch einmal. Der Schlüssel, dessen war ich mir nach reiflicher Überlegung sicher, musste bei diesen drei Männern gesucht werden, die sich für das Buch interessiert hatten. Charles, Noble und Waterfield, das waren ihre Namen. Vielleicht war es nur eine Art Instinkt, die mich dazu bewegte. Jedenfalls zog ich einen Graphologen hinzu, und das war eine meiner besten Ideen seit langem. Es stellte sich nämlich heraus, dass die drei Unterschriften im Bibliotheksregister von ein und derselben Person stammen mussten. Der nächste Schritt war nur Routine. Ich kam mit dem Graphologen hierher und bat, irgendein Papier mit Mr. Ludwigs Handschrift sehen zu dürfen, und auch diesmal lautete die Antwort des Mannes, dass diese Person identisch sein müsse mit jener, die sich mit drei verschiedenen Namen im Register des Kaelan-Museums eingetragen hatte. Was nun folgt, ist reine Theorie. Doch ist es wohl die richtige Theorie, denn ohne diese Voraussetzung wäre der Plan gar nicht ausführbar gewesen. Auf irgendeine Weise muss Mr. Ludwig in den Besitz eines Blindbandes des Akrostikon gekommen sein. Vielleicht befand er sich in jenem Stapel Bücher, die er bei Bentlow erstanden hat. Ein solches Muster, das nur leere Seiten enthält, wird häufig von Druckern und Buchbindern hergestellt, damit Autor oder Auftraggeber sich eine Vorstellung vom fertigen Buch machen können. Ein Blindband also für Lord Wellbeck, der ein genaues Duplikat des Buchs war, mit denselben Abmessungen, identischem Einband, demselben Papier, nur dass die Seiten unbedruckt waren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Mr. Ludwigs wirklich ingeniösen Plan so weit zutreffend beschrieben habe. Jetzt musste er nur noch dreimal ins Museum gehen, und sein Vorhaben wäre zu einem wesentlichen Teil schon gelungen. Und Sie werden auch gleich verstehen, dass er ohne seine Buchattrappe schon beim ersten Mal mitzubringen, mindestens viermal dorthin hätte gehen müssen. Abgesehen davon war es wohl die Attrappe, die ihn zu seinem Plan inspiriert hat, wenn ich die psychologische Seite des Falls richtig erkannt habe. Ist es nicht so, Mr. Ludwig? Er gab keine Antwort, saß nur da wie ein einziges Häufchen Elend. Nun gut, meine Herren, der Rest ist rasch erzählt. Mr. Ludwig ging ins Museum, verlangte das Original zu sehen und vertauschte es dann in einem geeigneten Moment. Und das war kein geringes Risiko mit seiner Attrappe. Der Wärter nahm die äußerlich nicht unterscheidbare Attrappe und trug sie im Glauben, es sei das echte Buch zurück ins Magazin. Ein weiteres, nicht ganz so großes Risiko bestand darin, dass nun jemand ins Museum kam, der das Buch ebenfalls zu sehen wünschte, bevor noch Mr. Ludwig das Original wieder zurückgebracht hatte. Denn das war seine Absicht, nachdem er es Seite für Seite abfotografiert hatte. Nicht wahr, Mr. Ludwig? Der arme Kerl schwieg noch immer. Das also war der Zweck des zweiten Besuchs im Museum. Er tauschte die Attrappe gegen das Original, er stellte dann aus den Fotos die Druckformen für jede einzelne Seite und der Druck auf einer kleinen Handpresse konnte beginnen. Natürlich verwendete er auch das originale Papier des Bindbandes und nachdem das Ganze gebunden war, trug er die Attrappe, aus der nun ein richtiges Buch geworden war, wieder ins Museum und tauschte zum dritten und letzten Mal, um diesmal das Original für immer zu behalten. Nun also beherbergte das Museum eine immerhin hervorragend gelungene Fälschung. Bei jedem Gang ins Museum benutzte er einen anderen Namen, verstellte beim Eintragen auch seine Schrift, aber nicht gut genug. Womöglich war er auch verkleidet. Schließlich konnte er kein Interesse daran haben, mit dem Buch in Verbindung gebracht zu werden. So weit also meine Geschichte und ich glaube kaum, dass Mr. Ludwig mir nun widersprechen möchte, oder? Kanaki hatte geendet und klopfte seine Pfeife aus. Ich frage mich, was er mit dem Diebstahl bezweckte, sagte Arkwright. Er glaubte doch wohl selbst nicht, dass er das Buch jemals hätte verkaufen können. Natürlich nicht, sagte Kanaki. Nicht auf dem üblichen Markt. Sicher gibt es den einen oder anderen Sammler, der skrupellos genug ist, Diebesgut zu kaufen. Aber ein vernünftiger Preis lässt sich so nicht erzielen und am Ende hätte man ihn vielleicht doch noch der Polizei ausgeliefert. Aber bedenke, wenn man die Welt in dem Glauben ließ, das Original befände sich noch immer im Museum und es wäre wundersamerweise ein zweites echtes Exemplar ans Licht gekommen, dann hätte er nichts zu befürchten und brauchte nur noch die Gebote der Sammler aus aller Welt abzuwarten. Ein intelligenter Mensch wie er hatte natürlich eingeplant, dass dieses zweite Exemplar auf Herz und Nieren geprüft und begutachtet würde. Und das war der Grund für den dritten und letzten Tausch, bei dem die Fälschung ins Magazin des Museums wanderte. Auch wenn er möglicherweise anfangs noch erwogen hatte, den Nachdruck an den Mann zu bringen. Aber er musste doch davon ausgehen, dass beide Exemplare geprüft und verglichen würden, wandte ich ein. Geprüft, das schon. Aber würde man nicht weit mehr Augenmerk auf das Fundstück richten, als auf das Exemplar im Museum, dessen Echtheit längst außer Frage stand? Sicher hätten meine drei Experten, hätten sie das vermeintliche Original im Museum ebenso gründlich überprüft, wie das Fundstück den Schwindel bemerkt, und ich hätte nie diese Geschichte zu erzählen gehabt. Dies ist ein Musterbeispiel dafür, dass wir oft nur sehen, was wir sehen wollen und vielleicht uns Voreingenommenheit in die Irre führen kann. Und jetzt hinaus mit euch, sagte er. Aber er sagte es freundlich, und es war die übliche Formel, mit der er uns zu verabschieden pflegte. Wenige Minuten später waren wir schon draußen und trotteten am Flussufer entlang nach Hause. , was ihr solltet? Vielen Dank.